Oh ja, dann ist der zweite Triumvier und Kling verteidig... Schließt die Reihen! Sie sind überall! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Hier, sofort! Zum Angriff! Zum Angriff! Ich höre! Aus dem Weg! Auf meinen Befehl, schnell! So, wieder was, was gefallen ist. Schnell! Wir werden uns in den Rücken fallen, da oben, wahrscheinlich. Ja, die kommen von oben. Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Zu euren Dienst! Alles klar! Greift sie an! So, Befehl! Oh, dass die da kommen, das war nicht... Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! So, Ehre Aonius! Was wünscht ihr, Männer? Auf dem Weg! Feindlicher Angriff! Steh über den Stand! Verstand sie zurück! Hier, sofort! Verstärkt die Deckung! Und los! Vorsicht, Gegner! Sie sind überall! Sie sind überall! Sie sind überall! Runenkrieger! Zu mir! Feindlicher Angriff! Standhalten, Männer! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Vorsicht, Gegner! Feindlicher Angriff! Halte durch, Männer! Wir werden angegriffen! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Runenkrieger! Zu mir! Ja, Krieger Isch da hält sich aber... Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Feindlicher Angriff! Halte durch, Männer! Hier, schnell! Und los! So, dann packen wir dich mal wieder da rein! Und los! Vorwärts! Kämpft, Männer! Ja, wie man sieht, wir haben noch ein Stückchen! Stehe bereit! Stehe bereit! Alles klar! Stehe bereit! Bereit! Sofort! Ich glaube, jetzt hat sich's aber schon mal ausgerubert! Eis oder Todesmute! Wandbrecher! Ja, hier wird mir jetzt... Uns jetzt nochmal alles... Bereit! Und los! ...gegengeworfen! Ja, vorwärts! In die Schlacht! Vor allem Klingenverteidiger! Ja, vorwärts! Sofort! Bereit! Und los! Mir nach! Folgt mir! Halte durch, Männer! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Hier! Für den Orden! Halte durch, Männer! Kämpft, Männer! Für den Orden! Bereit! Folgt mir! Oh, hier geht's gar nicht weiter! Vorwärts! Das ist nur ein kleines Lager, das wir ausschalten können! Auch hier sind jedoch viele Eis-Sonne! Auf mein Zeichen! In die Schlacht! Hier! Zur Ehre Aonius! Schlag sie zurück! Standhalten, Männer! Für das Licht! Die Linien müssen halten! Meinlicher Angriff! Oh, du machst ganz schön viel Schaden! Wenn man dich ignoriert! Auf meinen Befehl folgt mir! Für den Orden! So, dann fahren wir noch mal hier den Nexus! Schnell! Kommando! Drachen-Patzel, von dem wir schon einen haben! Bringt der vielen und Nix vor! Schnell! Schnell! Ja! Noch ein Sturmkämpfer, der auf uns zurollt! Die Rune befehlt! Kämpfer-Karrett... Äh, achso... Der hat ein Dolch... So ein Dolch in der anderen Hand... Hier, sofort! Ich dachte, ich gerade, er wäre... Schnell! ...num mit einer Einhandwaffe bewahrt... Sofort! Und los! Feindlicher Angriff! Halte durch, Männer! Ich kann auch einfrieren, wisst ihr? Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Auf mein Kommando! Feindlicher Angriff! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Halte durch, Männer! Halte durch, Männer! Auf mein Kommando! Feindlicher Angriff! Folgt mir! Zur Ehren, Aonis! Zu mir! Schnell! Hier! Schnell! Bereit! Sofort! Und los! Halte durch, Männer! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Feindlicher Angriff! Unverzüglich! Halte durch, Männer! Verstanden! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Auf mein Zeichen! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Sie sind überall! Wobei Eishaber Todesbrot ist fast tot, deswegen gehen das mal weg. Sie sind überall! Auf meinen Befehl! Zur Ehre, Aonis! Flagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Auf meinen Befehl! Für die Freiheit! Stand halten, Männer! So, noch einmal kündern! Sofort! Und los! Schnitter, Klingenverteidiger, Todesweber... Großer Klingenweber... Da ist der dritte Triumvir! Sie sind überall! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Wir werden eingegriffen! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Alles klar! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Zu Befehl! Schließt die Reihen! Und Heilbarkeit! Unverzüglich! Haltet durch, Männer! Stehe bereit! Sie sind überall! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! So, jetzt musst du den Klingeläufer weg! Verstärkt die Deckung! Auf meinen Befehl! Was war das gerade? Ach, eine dunkle Sichel! Die du leider nicht tragen kannst! Schade! Feindlicher Angriff! Auf meinen Befehl! Ja! Hallen wir mal! In die Schlacht! Reißen das Ding hier ein? Oh, ein eiserner Kommandant! Ich hoffe mal, wir können die da anlocken! Bereit! Und los! Ohne die Hintergrund zu locken! Kämpft, Männer! Haltet durch, Männer! Auf meinen Befehl! Freiheit! Feindlicher Angriff! Sie sind überall! So, der Klingeläufer ist weg! Vorsicht, Gegner! Vorsicht, Gegner! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Die Linien müssen halten! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Die Rune befiehlt? Ihre Aonis! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Auf meinen Befehl! Angriff! Oh, und da haben wir sie! Der Klingeläufer! Yay! Geschicklichkeit 65! Können wir mitleben! Runenkrieger! Zu mir! So, dann kriegst du jetzt den guten Bogen! Bereit! Und los! Mir nach! Auf meinen Befehl! Für den Orden! Sie sind überall! Halte durch, Männer! Schlagt! Sieht zurück! Verstärkt die Deckung! Auf meinen Zeit! Für die Reihenheit! Feindlicher Angriff! Schlagt! Sieht zurück! Ja, und das, was hier hinten da im Tor ist, sieht schon mal sehr lustig aus. Auf meinen Befehl! Zur Ehre, Aonius! Auf meinen Befehl! Vorwärts! Bereit! In die Schlacht! So, da ist der... Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Schließ die Reihen! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Das ist ein Hinterhalt! Verstärkt die Deckung! Schließ die Reihen! So, du machst das aber wieder aus. Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Schließ die Reihen! Vorsicht, Gegner! Verstärkt die Deckung! Mach erst mal den Kling-Verteidiger weg, dann sollte der heiße Diener noch weg. Schließ die Reihen! Schließ die Reihen! Vorsicht, Gegner! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Auf meinen Befehl! Zur Ehre Aonius! Sofort! Auf mein Zeichen! So. Für den Orden! Das Ding weghauen?